Herr Abgeordneter Andreas Schieder, einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Schieder, die EU ist jetzt offiziell Beitrittskandidat. Ist das eine gute Entscheidung gewesen? Ich glaube, dass sie aus dem ganzen Zusammenhang und solche Entscheidungen werden ja auch quasi im aktuellen Tages- oder gerade weltpolitischen Rahmenlage entschieden. Und daher, glaube ich, war es eine richtige Entscheidung, dieses Zeichen der Solidarität zu zeigen, dass die Ukraine Teil Europas ist, dass sie auch Teil Europas oder Europäischen Union werden kann. Ein starkes Zeichen. Ob das deswegen gleich einen Beitritt realistisch macht, da teile ich die Meinung der Analysten aus dem Beitrag auch, dass das relativ noch in weiter Ferne liegt bis hin ins Unwahrscheinliche. Denn um EU-Mitglied zu werden, muss man schon europäische Standards zu 100 Prozent erfüllen. Und da müssen in der Ukraine noch viele Reformen gemacht werden. Aber über diese Themen wird man wohl erst nach dem Krieg sprechen. Und hoffentlich ist er bald vorbei. Ins Unwahrscheinlicher, das heißt, Sie sagen, es könnte auch sein, dass die Ukraine nie der EU beitreten kann, weil sie gewisse Reformen nicht umsetzt. Beziehungsweise was wäre denn für Sie der frühestmögliche Zeitpunkt, dass die Ukraine wirklich vollwertiges EU-Mitglied ist? Vor 2040? Ist das realistisch? Das ist jetzt Kaffeesud lesen, weil wir wissen ja nicht einmal, wie dieser schreckliche Krieg ausgehen wird. Wir hoffen, dass der bald vorbeigeht. Aber alle Anzeichen sind darauf, dass das eine sehr lange, sehr grausliche Sache sein wird. Und dann ist die Frage des Wiederaufbaus, glaube ich, wo Europa auch an erster Stelle stehen muss. Und auch, glaube ich, so muss man diesen Kandidatenstatus verstehen, dass Europa auch bereit ist, am Wiederaufbau zu helfen. Und wenn es dann um Wiederaufbau geht, dann ist es natürlich nicht nur der Wiederaufbau von zerstörten Infrastrukturen, sondern auch der Wiederaufbau der Demokratie. Und da ist auch die Gelegenheit ja dann, mehr aufzubauen, als vorher da war. Jetzt ist zum Beispiel die Türkei seit 1999 EU-Beitrittskandidat, seit 23 Jahren. Die sind ja sehr, 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 sehr weit weg davon entfernt, EU-Mitglied jetzt zu werden. Sind Sie da dafür, dass das überhaupt abgebrochen werden soll? Oder wie soll es da weitergehen? Ich habe mich schon oft gegen einen EU-Beitritt der Türkei auch ausgesprochen, weil ich den Eindruck habe, dass das, was gerade unter Präsident Erdogan in der türkischen Demokratie passiert ist, eine Zerstörung der türkischen Demokratie. Es ist ein Land, wo zum Beispiel demokratisch gewählte Parteien vom Gericht gerade verboten werden, wie die HDP, wo tausende Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Amtes enthoben werden und ins Gefängnis geschmissen werden, wo Bürgerrechtler, Journalisten, Künstlerinnen und Künstler im Gefängnis sitzen, weil sie einfach ganz leise nur ihre Meinung gesagt haben. Das ist von einer Demokratie sehr weit entfernt. Das heißt, Schritt eins in der Türkei muss einmal sein, diesen unsagbaren Despoten Erdogan abwählen. Hoffentlich schafft das die Opposition und dann einmal an den Strukturen auch arbeiten. Aber die Türkei ist natürlich auch von der Größe her ein Land, wo es schwer vorstellbar ist, dass sie 100% europäisches Mitglied werden kann. Denn letztlich geht es dann auch um Landwirtschaftspolitik und viele andere Fragen und das wird schwierig. Aber werden Sie dann für einen Abbruch der Verhandlungen? Ich habe mich früher immer dafür ausgesprochen, weil ich eigentlich einer bin, der für klare Ansagen ist. Nämlich nicht da lang herumwurschteln, sondern irgendwann auch einmal sagen, schaut liebe Freunde, das mit dem Beitritt, Vollbeitritt wird nichts. Aber das heißt ja nicht, dass man sich andere Partnerschaften vorstellen kann. Also das heißt, Sie haben gesagt, damals waren Sie für einen Abbruch. Sind Sie jetzt auch dafür? Ich glaube, dass die Europäische Union und das Weltengeschehen gerade andere Fragen auch zu lösen hat. Und wenn man nur das Verhalten der Türkei innerhalb der NATO bezüglich des möglichen schwedischen Beitritts auch sich anschaut, dann gibt es da eh einige Sachen zu diskutieren. Daher möchte ich jetzt mit keiner Ansage weiteres Öl ins Feuer gießen. Ich denke mal, da ist vielleicht jetzt dieser eingefrorene Status auch das, wo alle am besten damit leben können. Aber wenn man es ehrlich anschaut, das wird nichts mit dem Türkeibeitritt. Das heißt, dieses Schicksal könnte ja auch die Ukraine ereilen, sollten sie eben die Reformen nicht vorantreiben. Das ist eigentlich wirklich ein symbolischer Akt jetzt gewesen, kann man das so sagen? Das ist ein starker symbolischer Akt gewesen. Das darf man jetzt auch nicht kleiner reden, sondern es ist schon ein starkes Zeichen. Und das ist ein Versprechen auch gegenüber den ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern, die ja auch gleichzeitig sagen, sie wollen eine Demokratie nach westlichem Vorbild. Sie wollen einen starken Rechtsstaat, sie wollen die Freiheit, so wie wir sie auch in der Europäischen Union haben, auch in ihrem Land leben. Und der Kandidatenstatus, der jetzt zuerkannt wird, ist daher auch eine Unterstützung all dieser, die das mittelfristig wollen. Und das ist, glaube ich, an sich etwas sehr Gutes. Jetzt sind wir zum Beispiel Nordmazedonien. Da hat auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt, dass da jetzt ähnlich was weitergehen soll. Die fühlen sich jetzt vielleicht ein bisschen nicht so gut behandelt in der EU, weil jetzt hat die Ukraine den Beitrittsstatus bekommen und Nordmazedonien tritt auf der Stelle ein bisschen. Ja, seit einigen Jahren und man darf nicht vergessen, Nordmazedonien, ich bin im Europäischen Parlament für Nordmazedonien auch zuständig, hat Verfassung den Namen sogar seines Landes geändert, um mit den Nachbarn quasi gutes Einvernehmen zu finden. Und das hat immer geheißen, wenn er die Reformen macht, auch Justizreform und, 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 und dann gibt es grünes Licht für die Beitrittsverhandlungen. So, das haben sie alles brav gemacht und das grüne Licht gibt es nicht, weil die bulgarische Innenpolitik irgendwelche skurrilen nationalistischen Fragen auf einmal hochkocht und sich Bulgarien erlaubt, da immer wieder ein Veto einzulegen. Und daher muss man zwei Dinge daraus lernen. Erstens einmal weg mit dieser Blockadepolitik in der EU, das heißt weg mit dem Einstimmigkeitsprinzip. Man darf sich da nicht von Einzelnen immer an der Nase herumtanzen lassen. Und zweitens natürlich trotzdem in Nordmazedonien, genauso wie in Albanien, alle unterstützen die Reformen vorangehen. Aber ich werde nächste Woche in Skopje sein und ich fürchte jetzt schon, dass die Frustration sehr groß ist. Und da macht Europa und die europäischen Regierungschefs jetzt auch mit dem Gipfel einen schweren Fehler. Ein starkes Zeichen an die Ukraine, war gut und richtig, aber ebenfalls ein starkes Zeichen an den Balkan, wäre ganz wichtig gewesen. Und zwar weniger an die Regierungen als die jungen Generationen dort. Die wollen europäisch leben und die gehen auch, die gehen entweder, wandern aus und gehen nach Europa oder sie wollen vor Ort europäisch leben. Und mit dem müsste man entsprechen und endlich die Beitrittsverhandlungen zügig voranbringen, die Reformen einfordern und hier was vorantunen. Und das hat Europa, die Regierungschefs meiner Meinung nach, kläglich versagt. Jetzt gibt es eine neue EU-Barometer-Umfrage. Die Unterstützung für die Europäische Union angesichts des Kriegs in der Ukraine wächst. 65 Prozent der EuropäerInnen halten die EU-Mitgliedschaft für eine gute Sache. Aber in Österreich sind es nur 46 Prozent. Also wenn wir jetzt eine Volksabstimmung hätten, würden nur 46 Prozent sagen, ja, wir wollen bei der EU sein. Ist ja verheerend, oder? Naja, es zeigt einerseits, dass europaweit der Zustimmungswert so hoch ist wie noch nie, dass sich Europa in der Krise bewährt. Das in Österreich Skepsis darlegt liegt, glaube ich, an verschiedenen Fragen. An welchen Faktoren? Nein, ich glaube, es ist höchstwahrscheinlich, dass Österreich und in der österreichischen Diskussion, gerade mit Krieg, Neutralität, sich einige Fragen auch stellen, die unterschiedlich beantwortet werden. Das ist aber, glaube ich, an sich, gerade in Österreich, die Zufriedenheit mit Politik insgesamt, da man denkt nur an die ganzen innenpolitischen Korruptionsskandale und, 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 auf dem Tiefpunkt ist. Und das spielt sich in der Umfrage meiner Meinung nach auch wieder. Was nicht heißt, dass es nicht anspannend sein sollte, es einfach besser zu machen in Zukunft. Jetzt sagt aber auch die Hälfte der Österreicher, dass sie eigentlich gar keine neuen EU-Mitglieder wollen. Ja, und ein bisschen weniger als die Hälfte sagt, ja, sie sind dafür. Daher quasi kann die Lösung ja zu der Frage auch nur sein, Mitgliedschaft ist nichts, was so verschenkt wird. Das ist nicht Weihnachten oder Ostern, sondern das ist etwas, was man sich insofern erarbeiten muss, dass dafür harte Reformen gemacht werden müssen und dass dafür auch Standards eingehalten werden. Es geht um Kriterien. Und wenn die Kriterien erfüllt sind, dann sind sicherlich auch mehr Österreicherinnen und Österreicher für eine Erweiterung der Europäischen Union, insbesondere wenn es um den Westbalkan geht. Und wenn es um den Westbalkan geht,